Die Tür ist unter der Brücke. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Wir müssen zu dieser Tür. Ihr solltet uns heute keinen Ärger machen. Ich nehme den hier. Schleich dich an und nehmen den anderen. Gott, seid leise. Okay, vorsichtig. Schleich dich an und nehmen die Tür. Schleich dich an und nehmen die Tür. Schleich dich an. Sehr gut, okay? Genau so macht man das. Ja, 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 ja. Oh, es geht da rein. Wohin gehen wir, Marlene? Hier lang. Es ist nicht mehr weit. Hältst du weiter durch? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Wir sind jetzt auch gleich da. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kram. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird behaftet und verurteilt. Joel, hilf mir mal eben. Wo, wo, wo. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von dir! Hör auf damit! Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist! Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Ellie, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du es gerade sagst? Wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, dass ich keiner gesehen bin. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß wahre, Joel. Mal. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich an. Und du? Komm her. Gehen wir. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber... Was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Hier runter. Los, mach ihn. Ja, doch. Du fallst auch. Wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Ja, ich bin. Der Tunnel schmurrt ihr Garten? Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Firefly. Wie alt bist du, zwölf? Sie kannte meine Mutter und sie kümmert sich um mich und ich bin vierzehn. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot, schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Hier ist es. Hier ist es. Beiatm. ig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Das sind nur schon zwei. Oder drei. Du hast ja keine Ahnung. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey.